Wie sieht das aus? Ja, ich glaube schon. Bessut zu fahren ist so schön. Gibt nichts Schöneres. Oder auch nicht. Sieht sicher geil aus, wie sieht man. Ja. Sieht sicher geil aus, wie sieht man. Fähig. 50 oder 230 Kilo. Supergum. 2,220. Kleines Geld. Ganz groß. Wer dämmt am Lüftwender? Wer schützt vor Hitze und Kette? Wer sorgt für ein gesundes Raumklima? Wer spart Heizkosten? Wo? Vorgang! Wer ist das originale? Bonded Open Air. Die Klimaschutzfassade aus 99% Luft. Für ein gesundes Raumklima. Ehrt. Idee in der Zukunft. Ich wünsche mir eine Zukunft, in der ich mit meinem Auto in jede Stadt fahren darf. Eine, in der mein Auto nur halb so viel Treibstoff braucht und trotzdem die volle Leistung auf die Straße bringt. Aber wünschen alle die Leistung. Wenn wir jetzt schon unterfahren können. Dann würden wir auch auf die Straße kommen. 3.500 Euro Produs auf unserer Ebene. Wir sind sogar stark. Wir sind bis gleich. Vor tausenden Jahren schmuckte sich Hercules mit einem Löwenfell. Hercules hat's auf ihr Zwergfell abgesehen. Und wie, Gernot Kullis hier. Ab sofort live on tour mit meiner neuen Stand-up-Show Hercules. Eine pointenreiche Anti-Heldenreise. Gernot Kullis nicht nur im U3-Bäcker hören. Sondern auch live auf großer Österreich-Tour sehen. Alle Tourstops auf U3.O1.HT. Ich freu mich auf euch. Also ich hätte nie gedacht, dass ich mal meine Einkäufe in der Jogginghose erledigen würde. Aber dann hat es Klick gemacht. So leicht kann einkaufen sein. Jetzt im Villa.at Online-Shop bestellen und bis 19.11. gratis nach Hause liefern lassen. Österreichweit und mit gleichen Preisen. Und dann mal da rauf. Nein. Okay. Hier ist Ö3, es ist Donnerstag Nachmittag. Das Wichtigste jetzt zusammengefasst von Zusammenwertern. Die Kontrollen an der Deutschlandstelle.